Die ersten 25 Minuten mit der ersten Triebpause war so ein Sonnenfußball, da hatten wir ja ein riesen Glück, dass Moorlade nicht in den Türen geht. Ein oder zwei Minuten waren genau auf dem Haus nicht zu schwer. Ja, nach der Triebpause haben wir schon ein paar Sachen wieder mal gesagt. Dann haben wir später den Griffkuss zurückgekommen. Moorlade hatte, haben wir uns dann auch ein bisschen besser gemacht. 2,5 Minuten haben wir gesucht, am Fußball zu spielen. Das hat uns Moorlade und Moorlade heute sehr gut vorgemacht. Am Schluss war es, glaube ich, immer noch ein Schlagabtausch. Wir können in beide Richtungen ausschränken. Ja, Moorlade war schnell auf der letzten Rille. Bei uns wird es Zeit, dass die Sommerpause kommt, dass wir uns nochmal sammeln können. Ja, ansonsten kann ich absolut mit dem Punkt leben. Die Jungs haben ja nochmal alles abgerufen. Wir haben, glaube ich, am Schluss 5, 6 oder 7, 18, 19 oder 20-Jährige auf dem Set gehabt. Von daher bin ich heute nicht viel zufrieden. Wir wollen jetzt nochmal Kräfte sammeln und gucken, dass wir ein Heimspiel gewinnen. Dann haben wir 70 Punkte und das ist mehr, als wir vorher erwarten hatten. Ja. Ja. Ja.